Low-Budget-Projekt 600 Supersport. Und zwar, ich glaube, wir haben uns entschieden, es hat uns ein Instagram-Follower oder YouTube-Follower von uns oder von mir angeboten, uns seine Suzuki GSX-R 600 K5 Bauer 2005 quasi zu verkaufen für einen sehr, sehr guten Kurs, wie ich denke. Und zwar hat es schon ein bisschen Rennverkleidung drauf, aber noch Original-Fahrwerk und so weiter, alles original. Es ist alles in einem guten Zustand, Service ist relativ neu, bis auf die Bremsscheiben, sagt er, die sind leicht krumm, da brauchen wir neue Bremsscheiben. Und er hat uns das Motorrad angeboten für 2.500 Euro. Ich denke, das ist echt Low-Budget für die Rennstrecke. Er ist selbst damit wohl schon sehr zügig unterwegs gewesen, wie schnell, das wird sich dann herausstellen, wenn ich damit fahre. Und jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Also wir haben zum Beispiel die Vorgängerin, die K4, da haben wir einen Moment, haben wir ein Fahrwerk da, haben wir jetzt erst gemacht. Mit wirklich vernünftig überarbeitet, neue Federn, die richtigen Federraten, die Dämpfung, das Standard-Schimpfpaket überarbeitet von Gabel und von Federbein. Und ich muss sagen, das funktioniert gar nicht so schlecht. Und das ist dann wirklich Low-Budget. Also keine Ölindsteile, nur Federn, die originale Dämpfung überarbeiten, keine Cartridge einbauen und so weiter und so fort. Und die Sache ist die, ich möchte dieses Projekt machen, weil ihr uns darauf gebracht habt. Also es ist extrem viele Leute, die haben gesagt, macht doch mal so ein Low-Budget 600er-Projekt und schaut mal wirklich, wie schnell man damit fahren kann, ohne sich dabei hinzulegen und wie denn die Rundenzeiten tatsächlich sind und wie viel Geld man tatsächlich in die Hand nehmen muss. So, das Thema Fahrwerk, haben wir gesagt, übernehmen wir komplett. Also wir haben ja sowieso, die Schwierigkeit bei dem Projekt ist, die Idee ist geil und sofort kam in uns allen hier irgendwo die Motivation auf. Aber wir haben uns gedacht, wie soll man das stemmen? Also klar, können wir das stemmen, aber die Frage ist, lohnt sich das für uns? Wir müssen einen Motorrad kaufen, müssen Teile reinbauen, müssen Arbeitszeit reinstecken, müssen den Test machen, müssen das Video schneiden und und und. Und da ist die Frage, wie lohnt sich das für uns? Und deswegen haben wir gesagt, okay, wenn das für so viele interessant ist, wie es denn viele geschrieben haben, dann machen wir so ein Fundraising oder wie? Fundraising, keine Ahnung. Und machen daraus im Endeffekt ein Gewinnspiel. Und zwar haben wir jetzt ein Paypal-Konto, wo jeder darauf hinschauen kann, was da quasi einbezahlt ist. Und wir machen quasi Maximum 3.000 Euro für dieses Motorrad. Was wir sammeln, das sieht man dann, wenn das voll ist, ist voll. 2.500 Euro für das Motorrad, dann wird man noch ein paar hundert Euro für die Bremsen brauchen. Und das Fahrwerk übernehmen wir komplett. Das würde theoretisch im Verkaufspreis irgendwo zwischen 1.000 und 1.300 Euro liegen, je nachdem, brauchen wir neue Standorte oder nicht. Und dann machen wir natürlich den Test, fahren auf die Rennstrecke, fahren zwei Tage, schauen, was rundenzeittechnisch geht, begleiten das Ganze natürlich mit Christoph, dem Kameramann. Somit haben wir natürlich einen riesen Aufwand und wir möchten es aber auch gut machen. Da wir natürlich im Low-Budget-Bereich unterwegs sind, haben wir uns gedacht, was machen wir für Reifen drauf. Und da bietet sich natürlich etwas an, was ich noch nie gefahren bin und was natürlich jetzt spannend ist. Und das ist der Kingtire, weil das halt der neue billig Low-Budget-Reifen ist. Und ich hoffe, dass ich mich mit dieser Kombination nicht in Seenseits schieße. Aber es ist, denke ich, für viele interessant, was da denn tatsächlich rauskommt dabei. So, und wir haben uns gedacht, damit es für jeden Teilnehmer interessant bleibt, machen wir eine limitierte Teilnehmeranzahl. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen Maximum 3.000 Euro, die quasi gespendet werden können, in einem Betrag von 20 bis 30 Euro. Also 20 oder 25 oder 30 Euro in dem Bereich. Dann ist die Teilnehmeranzahl relativ gering. Und somit haben wir halt auch, oder hat der einzelne Teilnehmer eine sehr große Chance, das Motorrad dann nach dem Test zu gewinnen. Also wir verschenken dann das Motorrad, oder verlosen das Motorrad an einen der Teilnehmer. Und das machen wir dann mit so einer, wie nennt man das, Live-Tombola oder keine Ahnung was, wo die ganzen Namen drin sind. Und dann kann sich derjenige das Motorrad hier bei uns abholen mit unserem Fahrwerk-Setting drin. Und ich denke, da hat dann jeder sein Teil dazu beigetragen. Wir haben die Arbeit gemacht, wir haben auch Teile ins Fahrwerk investiert. Wenn ich das in Stunden umrechnen würde, dann machen wir natürlich bestimmt irgendwo 3.000, 4.000, 5.000 Euro rein. Und von dem her, denke ich, ist das schon eine gute Wertschätzung. Und wir sind ja auch bereit, was von uns zu geben, aber wir können nicht alle stemmen. Das ist halt einfach, vielleicht können schon, aber es macht uns dann irgendwie keine Freude, wenn wir sagen, es kommt nur von uns. Also das ist eigentlich so ein Open-Source-Project, sage ich jetzt mal. Und der, ich weiß gar nicht, wer heißt, wer Patrick oder wie heißt er, der das Motorrad hat. Auf jeden Fall haben wir gesprochen miteinander, der wird das Motorrad hochbringen zu uns. Und dann machen wir natürlich eine große Videoserie vom First Look mehr oder weniger. Also wir schauen uns das Bike an, schauen, okay, was machen wir hier, was machen wir da, können wir da was verbessern, verfeinern. Immer im Low-Budget-Bereich, sprich mit zeitlichen Aufwänden. Was kann ich mit einem zeitlichen Aufwand am Bike verbessern, ohne jetzt irgendwie eine Riesensumme an Teile zu kaufen. Sondern immer kleine Sachen. Und das ist eigentlich unser Ziel, damit wir dann hergehen und schauen, wie schnell sind wir. Ich wollte eigentlich kurzfristig das noch mit nach Spanien nehmen, das funktioniert aber zeitlich nicht, weil wir natürlich nicht wissen, was haben wir für einen Umfang, wie viel müssen wir tatsächlich reinarbeiten, bis es wirklich passt. Ich will nicht auf die Strecke fahren und dann schießt das Öl irgendwo raus oder so. Das ist natürlich trotz Low-Budget nicht das Ziel. Und deswegen würde ich die Rennstrecke anplanen, dann entweder so Richtung Mitte, Ende März oder vielleicht schon Anfang April am Pannoni-Ring, weil da die Leistung auch nicht so entscheidend ist. Der Vergleich wäre jetzt blöd, auf die Strecke zu gehen wie Brünn. Klar bin ich mit 600er Welten langsamer, als mit der 1000er in Brünn. Am Pannoni-Ring ist das schon wieder gar nicht so wichtig, weil die Leistung hier keine Rolle spielt. Und dann macht doch wirklich mehr auch der Fahrer, das Fahrwerk und die Balance vom Motorrad aus. Und ja, wir machen natürlich da mehrere Videoreihen, quasi von dem First Look bis über die Umbaumaßnahmen, die wir dann quasi machen mit dem Fahrwerk. Und begleitet ihr uns quasi mit, was wir am Fahrwerk verändern, warum, wieso, weshalb. Kleinigkeiten, bezahlbare Kleinigkeiten. Und dann nehmen wir euch mit auf die Rennstrecke und schauen, was geht. Wir werden da diesbezüglich in der Instagram-Geschichte nicht so viel machen für alle Instagramer da draußen. Das hat einfach den Hintergrund, da wir natürlich wollen, dass dieses Projekt Maximum Reichweite auf YouTube, auf dem hochwertigen Content-Bereich bekommt. Und da ist immer das Problem, wenn man schon zu viel in Instagram schon frei und preisgibt, dann weiß jeder schon Bescheid und der braucht sich das Video gar nicht mehr anschauen. Und das macht aber keinen Sinn, weil das wäre so irgendwie schade für das Projekt, weil wir da doch dann schon viel Know-how und vor allem auch Wissen preisgeben. Das wäre nicht einfach, das wäre einfach schade, wenn du dir den Aufwand machst, wenn du da voll Herzblut reinsteckst, drei Leute dran arbeiten und dann im Endeffekt 2000 Klicks drauf sind. Das ist halt so, da sage ich, für das mache ich es nicht. Also es muss es schon wert sein. Ich habe selber Bock drauf, ich bin heiß drauf, das zu probieren und schauen, was da geht. Aber es muss sich auch lohnen für den hochwertigen Aufwand, den wir da betreiben. Und deswegen möchte ich auch, dass das dementsprechend wertgeschätzt wird, auch von eben, der es guckt. Also werden wir dementsprechend wenig in Instagram machen, sondern halt wirklich nur im hochwertigen YouTube-Video-Bereich. Genau, das war jetzt eigentlich so alles, was ich dazu weiß. Den Link unten für diese, wie nennt man das, Spendenkonto. Das ist jetzt unten in der Beschreibung. Es setzt jeder quasi ein, wie viel das drauf ist und ab 3000 Euro Stopp. Wir haben uns auch überlegt, was machen wir, wenn wir jetzt zum Beispiel zu wenig, also zum Beispiel nur irgendwie drei Leute Bock haben, da mitzumachen, dann werden wir das canceln. Also wenn das nicht funktioniert, wenn da keiner Bock drauf hat, dann machen sie natürlich nicht, weil es geht halt auch nicht. Und dann zahlen wir das wieder zurück, was da reingekommen ist, die paar Natural, wenn es dann soweit ist, wenn es wirklich negativ sein sollte. Und dann legen wir das einen Tag da und dann war es das. Wenn es ein Erfolg wird, dann freuen wir uns natürlich und sind natürlich dann auch drauf und dran, da mehr zu machen in so einem Bereich, dass man sich einfach die Sache gegenseitig ein bisschen teilt. Wir machen die Arbeit, holen uns woanders ein bisschen den Support, vor allem, dass wir das halt alles nicht in Vorfinanzierung machen müssen. Und viele Kritiker würden sagen, da geht es immer nur um die Kohle. Das geht halt einfach nicht. Wir haben halt hier vier Mitarbeiter, die müssen am Ende des Monats bezahlt werden. Wir können nicht lauter Spaßprojekte machen. Das funktioniert einfach nicht. Von dem her ist es schon viel genug Mitgabe, wenn wir sagen, okay, wir arbeiten hier zu dritt einmal eine Woche an unserem Motorrad, obwohl wir hier einen Arsch voll Arbeit haben. Also bitte um Verständnis. Ja, ich denke, das war es soweit. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zum Projekt oder noch irgendwelche Anregungen, Kritik oder Schlag mich tot, einfach unten reinschreiben in die Kommentare. Ich lese jeden Kommentar, auch wenn wir vielleicht nicht immer jeden beantworten, aber ich lese immer jeden. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich auf ein geiles Projekt. Macht fleißig mit und der zukünftige Gewinner dieses Motorrad wird dann, wenn es positiv war, auch viel Freude haben. Aber das wird sich auch erstellen. Also, danke, bis dahin, ciao.